Hallo und herzlich Willkommen am Tele-Stammtisch! Hallo und herzlich Willkommen am Tele-Stammtisch, wo wir stets up-to-date sind, was die neuesten Film- und TV-Veröffentlichungen angeht. Heute treffen wir den Prinz unserer Träume, gehen Cave-Diving und bekommen ordentlich Feuer unterm Arsch. Ja, es ist Damsel mit mir, Lasse Vogt und mein heutiger Co-Schwert-Schwinger ist Sven. Hallo Sven! Servus! Wir sind heute zusammengekommen, um über den Netflix-Film Damsel zu sprechen, welcher am 8. März herauskommt. Inszeniert von Juan Carlos Fresno de Lowe, geschrieben von Dan Masso und als die Akteure und Akteurinnen in diesem Stück haben wir unter anderem Millie Bobby Brown, Ray Winstone, Angela Bassett, Brooke Carter, Nick Robinson, Robin Wright und dann noch eine ganz besondere Überraschungsrolle sozusagen mit Shoray Akdashloo. Und wen sie genau spielt, das möchte ich hier lieber nicht verraten, aber ich kann so viel sagen, sie ist ein absoluter Scene-Stealer. Sven, was wusstest du im Vorfeld über den Film? Eigentlich sogar sehr viel, weil ich hatte den ersten Trailer gesehen und hab gedacht, boah, das könnte was für mich sein, das sieht ganz nice aus und hab dann natürlich ein bisschen nachgegoogelt und mal geschaut, um was da genau geht und eigentlich war ich schon informiert und auch relativ heiß auf den Film und bin auch ganz froh, dass wir jetzt zusammen hier sitzen und darüber sprechen können. Ganz genau, dann erzähl uns doch mal ganz grob ungefähr, ohne zu viel zu verraten, weil ich finde, der Film lebt ein bisschen davon, dass es so ein paar Enthüllungen gibt, die man vorher nicht weiß. Worum geht's denn eigentlich genau in Damsel? Also wir haben einmal Elodie, gespielt von Millie Bobby Brown. Die lebt zusammen mit ihrem Vater, ihrer Stiefmutter und ihrer kleinen Schwester. Der Vater ist ein Lord und die haben da so ein paar Ländereien und auch Untertan. Die geht's aber grad nicht mehr so gut und dann beschließt der Vater, seine Tochter zu verheiraten, wie es mal so gang und gäbe war früher, um halt wieder an mehr Geld zu kommen, damit seine Ländereien auch wieder etwas mehr sprießen und gesagt, getan, findet er auch schon einen Prinzen, der gerne eine junge Frau heiraten möchte und dann schiffen die dort rüber, sie wird verheiratet und ja, es endet nicht so, wie der erste Hauptfestag enden sollte, um es ganz grob zu halten. Das stimmt, ja, ganz grob zu halten. Das ist natürlich, ja, ganz, ganz gut beschrieben, ohne zu viel zu verraten. Natürlich muss man noch so viel sagen, dass sie letztendlich in einer Höhle endet mit einem Ungeheuer darin, welches sie fressen will. Und daher kommt ja eben auch der Name Damsel. Und das ist ein gängiger Begriff im allgemeinen Unterhaltungsbereich Damsel in Distress, was halt eben halt die junge Maid, die ständig gerettet werden muss. Und das ist ein sehr, sehr, ja, weit verbreitetes und uraltes Klischee, welches in unzähligen Sachen vorkommt und welches ja so ein bisschen aufgebrochen wird in letzter Zeit. Und dann eben auch hier, in dem Sinne ist der Titel sehr ironisch gemeint. Ich habe den Trailer erst nach dem Film geschaut, war ganz froh drüber, denn sie benutzen zwar so ein bisschen Trickschnitt hier und dort, um so ein paar Sachen halt hin und her zu bewegen, was genau die Reihenfolge angeht. Aber letztendlich, finde ich, haben sie da doch ein bisschen zu viel vorweggenommen hier und dort. Und ich mag es einfach sehr gerne, komplett blind in den Film reinzugehen. Ich wusste auch nur die grobe Prämisse an sich. Und genau, und das fand ich, und das war dann doch richtig, richtig schön so gesehen. Jetzt einfach mal so ganz grob gesagt, wie ist deine Meinung zum Film? Oh, ich bin da beim Ende jetzt immer noch sehr zwiegespalten. Darum, ich bin zum ersten Mal dankbar für ein Embargo, weil ich mir so ganz noch nicht die Meinung stellen konnte. Also ich finde ihn nicht so bombastisch geil, wie ich mir gehofft hätte, muss ich leider sagen. Er zeigt für mich halt viel zu viele Sachen, die ich irgendwie so schon kenne. Und er zeigt mir auch keine neue Facette von Millie Bobby Brown. Das ist so ein bisschen mein Problem. Ich mag sie als Schauspielerin und was man in Interviews sieht, so als Mensch. Aber ja, einerseits gefällt mir das, dass ich sie wieder sehe. Andererseits ist das so mein Ryan Reynolds Problem. Ich sehe den Typen auch gerne, aber trotzdem schauspielerisch macht er nicht mehr viel Neues. Und das sehe ich bei ihr leider auch irgendwie so. Und das hat mich so ein bisschen mit runtergezogen. Ansonsten ist es ein guter Film. Das kann man schon mal vorweg sagen. Er ist jetzt nicht schlecht, er ist gut. Und bei mir bleibt er wahrscheinlich auch auf dem guten Niveau und geht nicht ins sehr gut hoch. Ja, ich bin vielleicht ein klein bisschen positiver eingestellt. Aber ansonsten würde ich dir dazu stimmen. Ich fand ihn auch sehr unterhaltsam. Das Ding ist, Millie Bobby Brown ist hier eine der Executive Producer, was ich sehr interessant fand. Sie hatte also so ein bisschen Einfluss auf das Projekt. Und was mir auch aufgefallen ist im Vorspann, wo ich mir dachte, ah, okay, das ergibt Sinn. Eine der Produzenten ist Joe Roth. Und falls euch, liebe Hörende, dieser Name nicht sagt, er ist ein absoluter Erfolgsproduzent, vor allem an solchen Projekten wie die Maleficent und die Snowboy and the Huntsman Filme. Und der Film sieht im Prinzip visuell eigentlich exakt so aus wie diese Filme. Was eben auch zur Folge hat, dass ich finde, er ein bisschen hübscher aussieht als so viele hauseigene Netflix-Produktionen. Ich finde, dieser hier ist so ein bisschen bunter. Die Kontraste sind besser allgemein. Selbst bei dunklen Szenen kann man sehen, was abgeht. Man denkt definitiv, das findet so im selben Universum statt wie Maleficent teilweise, was so bestimmte Farben und Kostüme angeht und so weiter. Und den Regisseur, Juan Carlos Fresno Dillo, ich glaube, eine seiner bekanntesten Sachen ist 28 Weeks Later, das Sequel zu 28 Days. Bisschen verwirrende Titel. Und das Lustige ist, demnächst, also schon seit Jahren ist irgendwie so in der Mache und Vorproduktion und Entwicklung das Live-Action-Remake von Disney's Die Hexe und der Zauberer, wo er eigentlich auch bei der Regie eingetragen ist. Aber da hören wir jahrelang nichts von. Ich weiß nicht, ob das inzwischen eingestampft wurde oder das tatsächlich noch passiert. Aber das hier geht ja auch so ein bisschen in die Richtung mit den ganzen Märchensachen und so weiter und so fort. Wo du gerade schon beim Look warst, ich hatte ganz leichte Probleme, wenn jedes Mal CGI im Einsatz war im Weitwinkel, sprich die stehen vor einer großen Landschaft. Da ist es mir leider teilweise aufgefallen, dass ich das nicht ganz so rund fand. Das in Klammern Ungeheuer nenne ich es jetzt auch mal. Das finde ich wiederum sieht sehr, sehr schick aus. Also im Gegensatz. Absolut, ich stimme dir zu, gewisse Landschaftsaufnahmen sind da irgendwie nicht ganz so gut gelungen. Ich bin inzwischen einer, dem sowas relativ egal ist. Aber mir ist halt schon die Diskrepanz aufgefallen zwischen der Qualität dieser Effekte und dann letztendlich den Sachen, wenn es dann drauf ankommt. Und der Film macht auch einen richtig guten Job, finde ich, sehr, sehr lange zu verstecken, wie genau das Monster aussieht. Also was genau es für ein Monster ist, wird sehr, sehr schnell aufgedeckt. Aber was genau, wie genau es aussieht, das verstecken sie richtig schön mit Schatten, mit obskuren Dingen im Vordergrund und mit Hintergrund. Machen da richtig fiese Jumpscares auch mit, was ich nice fand. Es gibt einen Aspekt von diesem Ungeheuer, welchen ich nicht vorwegnehmen möchte, weil mich hat es sehr überrascht. Und ich möchte gerne, dass die Hörenden davon auch überrascht werden. Aber einen bestimmten Aspekt über dieses Ungeheuer fand ich so cool. Und es war ein definitiver Scene-Stealer, was das angeht. Und das hat dem Ganzen noch so sehr viel mehr märchenhaften Aspekt hinzugefügt. Weil letztendlich ist dieser Film ein klassisches Märchen, extrem getwistet. In einer Art und Weise, wie man es vielleicht auch in einem Witcher-Buch lesen würde. Ja, also ich habe dann nochmal nachgeschaut. Es ist ja, wenn man es so nimmt, eine ganz, ganz alte Geschichte. Geschichte nur halt reverse, also komplett umgedreht. Man hat ja ganz oft, dass meistens ein Prinz irgendwie eine Jungfrau rettet aus, keine Ahnung, von irgendeinem Zauberer oder sonst was. Und hier ist es halt mal umgedreht. Sie wird ja nicht irgendwie von irgendwem anders gerettet. Sie muss ja gucken, was sie da selber macht. Ja, und sie etablieren sehr gut, dass sie auch, sie ist jetzt nicht unbedingt eine Kämpferin, aber sie fühlen sich ja damit ein, dass sie ja in den Ländereien hilft. Und sie schwingt dort die Holzfüllachs und so weiter, sie hilft mit. Also sie ist nicht nur irgendwie so diese verzogene Tochter, die nur rumsitzt und nichts kann. Sie packt schon mit an. Und ich finde, dass sie das etablieren und dass sie eben halt zeigen, oh sie, 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 sie kann ein bisschen was. Und wir zeigen ja auch, oh ja, sie kann, sie kann reiten. Also sie ist definitiv nicht diejenige, die halt wirklich überhaupt null Talente hat mit irgendetwas, sondern das und das macht eben die körperlichen Dinge, die sie später im Film macht, plausibel auf eine Art und Weise, die halt schön organisch ins visuelle Erzählen mit eingewoben ist, ohne dass die jetzt irgendwie groß Fokus drauflegen. Es gibt nicht irgendwie, es gibt nicht irgendwie eine Trainingsszene mit irgendeinem Lehrer, der dann sagt, oh, du bist immer besser mit dem Schwert geworden oder sowas in der Art, sondern es ist einfach halt nur ihre natürliche Körperlichkeit wird eingewoben in die Handlung auf eine Weise, die Sinn ergibt. Aber du hast ja mich schon gefragt, wie mir der Film gefallen hat. Wie hätten dir im Ganzen denn so das Werk gefallen? Ich fand es ziemlich cool tatsächlich, weil es war letztendlich das, was ich erwartet hatte irgendwie. Wie gesagt, mit diesen leichten Twists hier und da, wo ich dachte, oh ja, nice, das macht es noch ein bisschen interessanter. Ich muss allerdings sagen, dass sie eine bestimmte Wendung präsentieren sie als Twist und die wiederum habe ich innerhalb von zwei Minuten geschnallt. Die machen diesen Prolog am Anfang, wo ich mir denke, war das ursprünglich so geplant sogar und dann hätten sie den vielleicht ursprünglich sogar weglassen sollen. Ich weiß nicht genau, aber das ist ja immer so, Film muss mit einem Knalleffekt eröffnen. Aber die verstecken da bestimmte Details im Prolog, welche später aufgedeckt werden. Aber für mich war das zu offensichtlich, wo ich dachte, ja, ich schnall absolut, was da abging und ich verstehe absolut die Motivation hinter dem ganzen Zeug. Und das fand ich dann doch ein bisschen zu sehr eh. Und ein anderes Problem, das ich hatte, war öfter mal führt die Prinzessin, also was sie ja dann letztendlich irgendwie dann ist, führt Selbstgespräche. Und das kam mir vor wie so ein bisschen halt für die Dummen, die sich nicht so richtig auf visuelles Erzählen verlassen können. Und das hat mich hier und dann ein kleines bisschen rausgehauen, aber nicht sehr. Ja, okay, bei dem Prolog, jetzt habe ich es geschnallt, jetzt weiß ich genau, was du meinst. Ja, er ist halt wirklich, er ist kein Arthaus, das kann man schon mal vorwegnehmen. Also er erzählt einem schon ganz, also nimmt einem mit an die Hand. Also er kaut nicht alles vor, aber nimmt einem schon gerne an die Hand und sagt, pass mal auf, das wollen wir dir jetzt so und so erzählen. Mach es dir nicht so schwierig. Das ist ein guter Popcorn-Film halt. Ja, das ist es definitiv, ja. Eine Frage habe ich an dich und zwar, weil in Amerika, also da hat wohl das Rating PG-13. Aber für wen, wie würdest du die Zielgruppe einschätzen? Für wen wäre der Film geeignet tatsächlich? Also nach mir wäre es egal. Ja, aber eigentlich, ja, er hat schon sehr gruselige Sachen. Ja. Es sterben auch Menschen, wenn man es so nimmt, ja. Und ja, 13, ich finde es eigentlich schon okay. Also ich glaube, früher haben wir schlimmere Sachen gesehen von Disney, die glaube ich ab Null waren sogar teilweise. Ähm, ja, ich würde auch sagen, ab 16 wäre es schon wieder übertrieben in Deutschland. Also das wäre schon wieder zu hoch. Wahrscheinlich. Ja, es wäre, wenn, es ist definitiv, ich finde es ist ein sehr hartes Ab 12 vergleichsweise, wo ich mir halt denken würde, tatsächlich fast so ein Soft R in Amerika wäre fast angemessen, aber auch nicht so ganz. Es ist ein bisschen schwierig, weil es gibt echt intensive, gruselige Szenen und auch Sachen mit einiger Brutalität, jetzt nicht unbedingt so mega in your face, aber es ist halt trotzdem, äh, ja, Menschen sterben und das auf sehr grausame Weise teilweise. Wie, und das, äh, und deshalb war ich mir da so ein bisschen unsicher, das ist definitiv nicht für Leute halt zum Beispiel für dann die Fans von, oh ja, Maleficent, weil die waren sehr viel handzahmer. Der erste Snowboard in the Huntsman, eventuell, ich denke mal, dass, das geht wirklich dann in die Richtung, der war ab 12, weil der war auch schon so ein bisschen halt morbider, hier und dort gruseliger, mit ein bisschen Blut hier und da und so weiter, Brutalität, also ich denke mal, das ist ungefähr in dem Rahmen. Ich hatte jetzt gerade überlegt, ab wie vielen Jahren so die ganzen Harry Potter Filme sind. Die sind, die ersten zwei sind ab sechs, ich glaube, der dritte war teilweise auch noch ab sechs und wurde dann später, äh, redefined, ich bin nicht mehr ganz sicher, aber ansonsten war das eine ziemliche ab 12 Reihe. Ja, also da, finde ich, spielt das auch so mit rein, weil die letzten Harry Potter sind ja auch relativ gruselig, ne, also in dem Bereich, wo sie spielen und ja, ich finde so ab 12 ist schon auch für Deutschland wäre okay das Rating. Ja, ich meine, letztendlich ist es ja ein Streaming-Ding, da ist es dann total egal, wer da irgendwie am Kino einen Eingang kontrolliert, weil das gibt's hier gar nicht, letztendlich kann ihn dann jeder schauen, der, der will, solange es keine, naja, als, äh, solange da nichts irgendwie eingestellt ist im Vorfeld. Ähm, etwas muss ich noch lobend erwähnen und das ist die Musik, ich meine, wer wäre ich, wenn ich das nicht tun würde? Die Musik stammt von David Fleming mit, ähm, der ist schon sehr lange in den, ähm, Hans Zimmer-Ranks unterwegs, hat sehr viel ergänzende Musik komponiert für, ähm, Hans Zimmers Werke und hat auch einige Sachen mit ihm co-komponiert, noch alleine gemacht. Hier ist Hans Zimmer, Score-Produzent und ich fand den Soundtrack wundervoll, ganz, ganz tolle, märchenhafte Fantasy-Orchester-Klänge, schön getwistete Chorelemente sind da mit drin, einige schöne heroische Stellen, also ich fand wirklich, der Score war sehr gelungen und hat nochmal alle Szenarien wirklich noch so ein bisschen überdeutlich, äh, besser gemacht sogar. Es hat einfach schön fein, auch heroisch die ganzen Szenen gut unterstrichen, also da bin ich bei dir. Da haben sie nichts falsch gemacht. Das war absolut, das eine, was ich ein bisschen grenzwertig fand, war im Abspann hören wir ein, ein Cover von einem bekannten Song, äh, und das ist so, im Sogesinn kein schlechtes Cover, aber das drückt dem Film so einen leichten, ich weiß nicht, so irgendwie so einen ironischen Stempel auf, den der Rest des Films eigentlich nicht wirklich trägt. Jetzt, wo du es genau sagst, ist mir während des Films gar nicht so aufgefallen, weil ich gar nicht drauf geachtet habe, er ist jetzt nicht der humorvollste Film, ne, er hat so ein paar Humor-Szenen, wo man denkt, ja, ist schon funny, aber so richtig lustig wird's nicht. Nee, nee, absolut nicht. Der Film nimmt sich selbst und seine Welt ernst, was auch gut ist. Und, ähm, der nimmt die Charaktere ernst und die sind auch alle sehr, sehr gut. Ich fand, äh, Nick Robinson, dass sie den als Prinzen besetzt haben, das fand ich irgendwie richtig cool, das war so ein bisschen, er ist so ein sehr, ähm, also sehr, sehr weit verbreiteter Schauspieler auf jeden Fall. Und da ist in diesen ganzen Teenie-Sachen drin, das ist ein sehr moderner Schauspieler. Und ihn dann halt in dieser, in dieser Prinz-Aufmachung zu sehen, in dieser Art von Rolle, in dieser Art von Film, das fand ich irgendwie ziemlich lustig. Das war fast so ein bisschen Augenzwinkern. Aber ich finde, alle machen da ihre Sachen ganz wunderbar. Ich wusste nicht im Vorfeld, dass Ray Winstone und Angela Bassett mitspielen, aber die bereichern eh jeden Film, in dem sie sind. Und entsprechend wenig kann man da falsch machen. Und genauso bei Robin Wright, weil ich, ich sehe sie nicht mehr allzu oft, obwohl sie definitiv ja auch noch Sachen macht. Und da dachte ich, oh ja, Robin Wright, oh ja, nice. Also, äh, bei allen Leuten, die man irgendwie so halbwegs kennt von irgendwo anders und dann ploppen die, äh, in so Sachen auf, ist eigentlich, ja, ist nicht, ist kein gigantischer Cast, aber definitiv groß genug, dass es da ein paar Leute gibt, die man definitiv kennt und bei denen man sich auch freut, dass sie da sind. Also, bei allen Namen stimme ich dir komplett zu. Bis leider auf Angela Bassett. Ich weiß nicht, ich hab die Frau seit, glaube ich, ich kann den Film gar nicht mehr benennen. Bisschen gefressen. Ja, die hat halt nicht mehr so viel Mimik. Und das sehe ich in den Rollen halt immer. Und das passt mir dann in diese Welt da gerade nicht so rein. Aber... Ah, okay. Mir ist da gar nichts aufgefallen in irgendeiner Form. Negativ. Ähm, ich fand's halt so interessant, weil das ist auch immer halt, die, die Stiefmutter ist ja immer halt auch so ein, ähm, Element in Märchen. Und das drehen sie ja auch so ein bisschen um, was nice ist. Wo man am Anfang nicht ganz so weiß, was man von ihr halten soll, aber letztendlich dann, ah ja, okay, gut, okay, gut. Weil ich, ich verstehe, was da, ähm, was mit ihr dann los ist. Und das ist eben, ja, so, so ist es dann eben cool. Ja, insgesamt finde ich halt alles rundherum solide gespielt. Ich finde, der Film ist sehr gut inszeniert. Hat sehr viel dynamische Kameraarbeit mit interessanten Einstellungen. Halt die ganzen Environments, in denen sie dort agieren, werden richtig gut in Szene gesetzt. Die Musik funktioniert ganz wunderbar. Ebenso wie das, ähm, Sounddesign und, ähm, die Effekte größtenteils. Also ich finde, in dem Film sieht man sein Budget an. Man sieht immer an, dass da die Leute Bock drauf hatten, dass sie da was Cooles mitmachen wollten. Und, ja, letztendlich kann ich halt wirklich sagen halt, ich meine halt für Fans von Millie Bobby Brown sowieso, weil sie dominiert den Film. Es gibt einen großen Part, wo sie eigentlich nur alleine ist und sich dann selbst behaupten muss. Und, ähm, das macht sie alles gut. Alle anderen drumherum komplementieren, äh, das ganze Szenario, das Setting und so weiter schön. Und, ähm, ja, und es gibt echt einige coole Szenarien, welche, äh, welche einem definitiv hier und dort im Gedächtnis bleiben werden. Und letztendlich ist es kein, kein Film, wo man jetzt irgendwie halt nach Hause schreiben würde und sagen würde, oh, das musst du sehen. Aber es ist definitiv einer, den man sogar halt irgendwie mit der Familie, die so ein bisschen mobiler eingestellt ist, hier und da, dass man, dass man das gucken könnte und sagen könnte, hier, bitte sehr. Ja, und es hat nicht diesen, ich finde, es hat nicht diesen offensiven Ton, so von wegen, oh, all diese alten Märchen oder so weiter, oh, sind die nicht scheiße und rückständig und hier, wir machen's besser. Ich hatte nie diesen Eindruck. Es war einfach nur, wir lieben Märchen und wir nehmen diese Elemente und, äh, machen unser eigenes Ding damit. Weil man, wenn man auch bedenkt, das ist ein Originalskript, das basiert nicht auf irgendwas, halt einfach nur eben auf diesen klassischen Elementen. Aber das ist echt etwas, was dann auch wertvoll ist heutzutage. Und ich finde, als das, was es ist, haben die das echt schön gemacht. Alles unterschreibbar, was du sagst. Und vor allem, es ist so ein schöner Sonntagabendfilm, wie du auch meintest, mit der Familie hinsetzen, das Ding einschmeißen. Es wird sich keiner großartig beschweren. Es wird aber auch keiner nackt durchs Zimmer laufen und Halleluja schreien. Es ist angenehm, es ist wirklich ein angenehmer Film. Absolut. Es ist definitiv halt ein bisschen intensiver hier und dort. Also, wo man halt so, das ist nicht für die Kleinsten, aber als definitiv, wir haben ein paar Filme als Vergleich aufgelistet. Und wenn euch dieser Vergleich halbwegs gefällt, dann würde ich sagen, go for it. Das ist am Anfang ein bisschen Slow Burn, was, finde ich, auch alles gut gepasst hat, weil es ja noch andere Vorzüge gibt, an denen man sich ja freuen kann. Aber sobald es dann irgendwie so richtig ans Eingemachte geht, da reißt der Film nicht ab mit der Spannung. Es hat die ganze Zeit so diesen weißen Hai-Effekt eigentlich, wo man sich denkt, oh Gott, oh Gott, wo ist das Vieh jetzt und was wird es als nächstes tun und wo kommt sie als nächstes hin und was wird sie sehen und so weiter. Und das ist echt alles, das war echt alles gut gemacht und ich hatte eine gute Zeit mit dem Ding und ich bin froh, dass du da nicht viel anders denkst. Ich bin jetzt auch gelandet bei der eher positiven Note, die ich geben wollte, jetzt nach dem Gespräch und es sind halt knackige 108 Minuten, ne? Darf man auch nicht vergessen. Das ist schön, kann man schön weggucken. Eine Empfehlung meinerseits auf jeden Fall. Ja, absolut. Ich sage auch halt, wenn ihr zwischendurch die Zeit habt, dann guckt den absolut, dann macht ihr nicht viel falsch. Gut, und das ist unsere Sprechung von Damsel. Sven, ich danke dir viel, vielmals, dass du dich mit mir zusammen in dieser Höhle gewagt hast und die Geheimnisse dieses Königreiches aufgedeckt hast. Ja, ich zitter zwar noch ein bisschen, weil es ist ganz schön duster hier, aber ich bin auch froh, dass wir uns hier gefunden haben. So alleine wäre ein bisschen scheiße gewesen. Absolut, ja, ja. Man sollte echt mindestens zu zweit sein bei so einem Unternehmen. Und vielen Dank auch, dass ihr uns beigestanden habt, liebe Hörende. Ich hoffe, es war nicht zu gruselig und ich hoffe auch, die Filmsichtung selbst wird nicht zu intensiv, sondern dann doch zu einer guten, entspannten Popcorn-Zeit zu Hause. Ganz egal, wie groß euer Bildschirm nun sein mag. Wir bedanken uns ganz doll fürs Zuhören, sagen Tschüss, bis zum nächsten Mal beim Tele-Stammtisch. Teilt fleißig und kommentiert. Wir freuen uns immer über Feedback von euch, denn ohne euch sind wir nichts. Vielen, vielen Dank und bis dann. Tschüss. Sehr geehrte Damen und Herren, wertes Publikum, liebe Hörende, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und Zeit. Ich hoffe sehr, euch hat gefallen, was ihr gerade gehört habt. Wir, die Redaktion des Tele-Stammtisch, betreiben ein semi-professionelles Podcast-Projekt zum Selbstmitmachen. Also meldet euch bei uns, wir beißen auf. Außerdem freuen wir uns immer über Feedback via Social Media und E-Mail sowie euren finanziellen Support. Ebenso froh locken wir förmliche Bewertungen auf den gängigen Podcast-Plattformen. Wer möchtet, darf uns gern immer und überall empfehlen. Alle relevanten Links findet ihr in den Show Notes. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Euer Andi.